Herzlich Willkommen zurück bei Tour Vielfalt. Ganz nah und sehr persönlich, dieses Mal wieder mit Ernst Hutter. Nein, nicht weil wir nur mit Ernst Hutter reden werden, sondern wir haben ganz viel aus Ernsts Leben bis dato schon gehört. Kindheit, Jugend, dann Studium, seine professionelle Zeit bei den Egerländern, aber auch in anderen Orchestern. Und jetzt widmen wir uns einem Thema in der dritten Folge, das uns noch eine Weile beschäftigen wird. Deswegen freut euch auf die dritte Folge von Tour Vielfalt, ganz nah und sehr persönlich. Hallo Ernst. Grüß dich Daniel. Wir haben wieder die Gelegenheit miteinander zu sprechen. Und wir hatten das schon zweimal in den vergangenen Tagen und Wochen. Und die bisherigen Gespräche haben uns durch deine Kindheit und Jugend geführt, haben die Zäsur des Unfalls thematisiert, dann die Aufnahme oder Wiederaufnahme des Studiums, deinen Eintritt ins berufliche Leben als Musiker. Gründung Familie, Fußfassen als professioneller Musiker in diversen Orchestern oder aber auch in Herrenberg als Musikdirektor. Dann die Zeit der Egerländer, die dann wiederum einen Schlussstrich gezogen hat unter die Zeit in Herrenberg. Das dir aber natürlich ganz viele andere Möglichkeiten eröffnet hat, neben der Arbeit im Tanzorchester. Und jetzt kommen wir zu der Zeit, wo es so langsam an die Überlegung geht, Ernst Mosch zu beerben, gegebenenfalls als musikalischer Leiter. Damals war das dir sicher noch nicht so bewusst. Und darum die Frage, zu welchem Zeitpunkt, denn du hast in der letzten Folge am Ende gesagt, pass it on, also gib es weiter, diese Botschaft, die du selber mitbekommen hast. Wann wurde dir bewusst, dass Ernst Mosch es irgendwann weitergeben muss, sein musikalisches Erbe? Das war ganz eindeutig während der Abschiedstournee, die Ernst Mosch ja selbst so genannt hat. Damals zu diesem Zeitpunkt und auch vielleicht schon ein Jahr davor, war uns Musikern mit Händen greifbar eigentlich, wie es Ernst Mosch gesundheitlich ging. In welche Gedankenwelt er sicherlich zu der damaligen Zeit schon immer während der Leitung der Egeländer Musikanten sich selbst begeben hat. Also für uns war völlig klar, dass er nach außen hin das nicht so kommuniziert hat, aber natürlich für sich selbst ganz sicher gewusst hat, wie er seinen Abschied gestalten möchte, wie er vielleicht auch die Zukunft der Egeländer Musikanten sehen würde. Und das war, wir haben ja damals wirklich einige Konzerte auch gespielt bei der Abschiedstournee und da war das, ich habe vorhin gesagt, mit Händen greifbar auch deswegen, weil er ja bei vielen Konzerten direkt vor mir gestanden hat auf der Bühne als Dirigent und ich schon beobachtet habe, wie viel Kraft ihn das alles gekostet hat. Aber diese Abschiedstournee war für mich ja dann 1998 schon die sechste oder siebte Tournee mit Ernst Mosch. Das heißt, ich habe schon in den ganzen Jahren davor für mich realisiert, welche großartige Arbeit Ernst Mosch immer geleistet hat und was es für die Menschen, für die Zuhörer, für das Publikum bedeutet, bei den Egeländern zu sein. Und dementsprechend habe ich mir natürlich in meinen Gedanken schon sehr oft damit befasst, was wird wohl sein, wenn Ernst Mosch tatsächlich nicht mehr da ist. Hattest du zu dem Zeitpunkt schon Interesse, musikalischer Leiter der Egeländer Musikanten zu werden? War das vorstellbar für dich? Für mich war das in meiner Gedankenwelt schon vorstellbar, weil wir hatten ja in der vorigen Podcast-Folge zum Ende dieses Stichwort Pass it on. Und das war etwas, was mich zu dem damaligen Zeitpunkt schon sehr stark auch in Verbindung mit den Egeländern beschäftigt hat. Ich war ab dem Moment, wo ich bei den Egeländern engagiert war von Ernst Mosch, nicht nur der Jüngste, immer Hester, sondern ich war auch beim Publikum draußen derjenige, der damals eine Tradition für die Egeländer begonnen hat, die heute ganz, ganz stark ist. Aber damals wurde sie begonnen, nämlich Workshops zu machen für die Egeländer. Das gab es vorher nicht. Das war eine neue Form von Weitergeben des Wissens um die Egeländer, die erst eigentlich so Mitte 80er Jahre eingesetzt hat. Und außer mir hat es der Freik Mestrini auch gemacht. Wir waren auch sehr, sehr häufig zusammen bei solchen Workshops und haben damals schon das Wissen nicht nur von uns selbst über die Egeländer Musik, sondern auch das Wissen eigentlich, was Ernst Mosch uns gezeigt hat und weitergegeben hat, schon publik gemacht und mit unseren Worten den Menschen näher gebracht. Und dementsprechend waren wir beide sicherlich auch diejenigen, die sich da am meisten Gedanken dazu gemacht haben. Was wohl sein kann, wenn irgendwann Ernst Mosch selbst nicht mehr da ist, wer könnte möglicherweise diese großartige Tradition und das Wissen, was um die Musik und um das Repertoire der Egeländer einhergeht, irgendwann weiterführen? Jetzt warst du einer der Jüngsten im Orchester damals. Da kamen aber ganz viele andere, jüngere Musiker auch zu dem Zeitpunkt dazu. Gibt es innerhalb der Egeländer Musikanten ein Konkurrenzdenken? Ja, sicherlich gibt es das genauso wie überall in solchen Orchestern oder in professionellen Fußballmannschaften. Selbstverständlich hat da jeder Einzelne auch seine, ich meine jetzt gar nicht egoistisch, sondern seine individuellen Perspektiven. Und dann ist es sicherlich auch eine Sache des jeweiligen Charakters, wie man damit umgeht. Ich glaube sogar, dass es wichtig ist in einem solchen professionellen Umfeld, dass da überwiegend Charaktere drin sind, die so stark sind, dass sie auf der Bühne performen können. Ernst Mosch hat das explizit immer wieder gern gefördert, sowas. Er wollte Typen haben in seinem Orchester. Dementsprechend gab es natürlich schon genauso stark wie ein Zusammengehörigkeitsgefühl auch ein individuelles Denken von dem einen oder anderen. Also das wurde nicht gefördert speziell, aber man brauchte das. Man braucht das so in so einem Orchester. Ich habe da auch in meiner Zeit dann auch immer drauf geachtet. Wir hatten es davon, dass ihr zu circa 30 Konzerte damals im Jahr hattet. In 8er, 10er Blöcken jeweils. Wie war das vereinbar mit zum einen der Familie und zum anderen dem Engagement bei Erwin Lehn? Ja, auch in der vorigen Folge haben wir ja schon darüber gesprochen, wie der Erwin Lehn eigentlich sehr generös mit mir bei solchen Fragen umging. Aber grundsätzlich auch mit anderen Kollegen, die bei anderen Bands dann einfach mal so auch bei Tourneen mitspielen wollten. So hat er das wirklich sehr gut gehandelt, Erwin Lehn. Gab es da noch Kommunikation zwischen Lehn und Mosch? Haben die sich noch abgesprochen? Das kann ich dir jetzt wirklich so gar nicht bestätigen, weil das weiß ich nicht direkt. Aber selbstverständlich kannten sich die beiden ja sehr gut. Und vor allem wusste Erwin Lehn sehr gut Bescheid, dass es für mich individuell, für mich eine große Rolle spielte, genauso bei den Egeländern zu spielen wie bei ihm. Und deswegen hat er das sehr gerne auch für mich eigentlich möglich gemacht. Also ich konnte eigentlich immer, wenn ich gefragt habe, rechtzeitig natürlich, das musste man dann natürlich organisieren, weil ich habe ja dann beim Südfunk dann zuerst immer auch eine Aushilfe gebraucht, konnte immer freikriegen für die Egeländer-Tourneen und Ernst Mosch war da auch immer sehr froh drüber. Und das ging eigentlich ganz gut bis zur Abschiedstour. Da gab es mal zwei, drei Konzerte, wo mich der Lehn nicht freigelassen hat. Aber Gott sei Dank hat mich Ernst Mosch dann auf jeden Fall auch bei diesen zwei, drei Konzerten freigegeben. Und es waren Konzerte, wo wir dann nicht mit drei Tenörinnen gespielt haben, sondern nur mit zwei. Nein, also Ernst Mosch hat dann keine extra Aushilfe engagiert, sondern da haben die beiden Kollegen dann eben zu zweig gespielt ohne mich. Jetzt hast du aber auch die Familie angesprochen. Das ist natürlich etwas, was sehr, sehr häufig, wenn man an meine Tätigkeit denkt, viel zu wenig ins Blickfeld gerät. Ich weiß es natürlich auch, dass es im Fall der Familie Mosch immer wieder auch so etwas war, was eigentlich nicht so oft im Blickfeld war. Da war immer der Chef, der Ernst Mosch, der Patriarch für alles. Aber es gab natürlich auch eine Familie dahinter und bei uns ja genauso. Also meine Tätigkeit bis heute und vor allem auch in der damaligen Zeit sicherlich mit den Jungs, die noch klein waren, wäre niemals so möglich gewesen ohne die großartige Unterstützung von Uschi, von meiner Frau, die alle diese Möglichkeiten, die sich mir geboten haben, immer komplett unterstützt hat. Und dementsprechend hat man da natürlich auch immer die Wege gesucht, wie man das vereinbaren konnte. Und heute, der Martin, den ja alle auch ganz gut kennen, die jetzt hier zuhören wahrscheinlich, der wird jetzt demnächst bald 38 Jahre alt. Aber damals, wo er zur Welt kam, 1986, bin ich mit Ernst Mosch das erste Mal 30 Tage auf Tournee gewesen. Das heißt, da war meine Frau erst mal 30 Tage, nicht nur mit Martin allein, sondern auch mit Stefan, der zwei Jahre alt war damals. Sicherlich eine großartige familiäre Leistung, weil damals gab es ja nicht mal Handys oder irgendwelche Dinge, wo man noch die Kommunikation besser machen könne. Und dementsprechend sind diese Fragen in meiner Anfangszeit der E-Geländer sehr, sehr spannend gewesen und sehr wichtig gewesen für alles, was danach kam. Eine Frage, die mir in diesem Zusammenhang noch kommt, zum einen, weil der Martin hinter der Kamera im Moment ist und auch den Schnitt dieses Podcasts videomäßig übernimmt und man die Familie in vielem auch vereint sieht und die Aufgabenteilung innerhalb der Familie jetzt auch gut läuft, möchte ich aber die Frage stellen, die mich persönlich auch sehr interessiert ist. Du spielst im SF-Tanzorchester, dann hast du im Prinzip einen klaren Dienstplan, darüber haben wir in der letzten Folge auch gesprochen. Man spricht von diesem einzigartigen E-Geländer-Sound. Jetzt habt ihr aber nur 30 Konzerte im Jahr. Wie bleibt dieser Sound erhalten? Wie schaltet man als Musiker um von einem Orchester zum anderen? Wie lange braucht es, bis das Ensemble wieder zusammengespielt ist? Wie läuft es ab? Man kommt bei den E-Geländern an und dann? Was passiert dann als Musiker? Wenn man bei den E-Geländern ankommt, dann gibt es nur eines. Du hast mich in der vorigen Podcast-Folge auch gefragt, wie kommt man zur Hochschule? Da habe ich gesagt, es gibt eine Aufnahmeprüfung und bei den E-Geländern ist das nicht anders. Der Ernst Mosch hat immer einer seiner vielen Sätze, die ja oft zitiert werden, weil wir sind hier keine Musikschule. Er hat immer gesagt, wer bei den E-Geländern spielt, der muss ganz genau wissen, um was es geht. Also er muss die Sprache der E-Geländer kennen, nicht die Wortsprache, sondern die Musiksprache der E-Geländer. Er muss ganz genau wissen, was stilistisch eigentlich gefragt wird. Der Ernst Mosch hat sich nie damit aufgehalten, irgendwelche Musiker in sein Orchester zu integrieren, um denen zu zeigen, wie es geht. Erstens musste man instrumental fit sein, zweitens musste man die Augen und die Ohren ständig offen haben, um alles mitzukriegen. Und drittens musste man eigentlich am besten die ganze E-Geländer-Geschichte schon kennen vorher. Also Platten gehört haben und einfach alles intus haben. Weil wir haben schon damals bei den E-Geländern ganz, ganz, ganz wenig geprobt. Das wurde dann in meiner Zeit vielleicht sogar noch wesentlich weniger. Aber das hat noch andere Gründe. Damals, ich bin ja in Norchester gekommen, 1986, da waren 95 Prozent Musiker, die schon lange miteinander gespielt haben. Selbst wenn die eine längere Pause gehabt haben, war das keine Frage. Die sind wieder auf ihrem Platz gesessen, haben ihre Kollegen neben sich gehabt und der Ernst Mosch vor sich. Und dann wusste jeder, wohin das musikalisch geht. Da hat man wirklich nicht viel Zeit gebraucht, damit das funktioniert hat. Der Idealfall eines Zusammenspiels, sage ich ganz einfach. Und so war das natürlich auch für uns Junge, die dann dazugekommen sind. Jeder musste dieses Know-how mitbringen und wurde dann auch auf Herz und Nieren geprüft. Deswegen gab es mit Sicherheit ähnlich viele, die die Prüfungen nicht bestanden haben, wie Leute, die dann längere Zeit dabei waren. Und das sind natürlich grundsätzliche Fragen, meine ich jetzt im professionellen Bereich von Musik. Viele von uns kennen die Irlande Musik aus dem nicht-professionellen Umfeld. Genau. Und viele hören es im Festzelt oder bei irgendeinem anderen Anlass. Es ging mir selber so. Und dann den klaren Schnitt zu finden, zu sagen, aha, okay, es ist ein von Amateuren interpretiertes musikalisches Werk. Und dann gibt es die Profis, das Auswahlorchester der Egerländer Musikanten. Wenn du aus dem Funkhaus raus bist damals und zum Bus der Egerländer Musikanten, welches Umdenken muss da stattfinden, wie begrüßt man sich, ist es wie ein Klassentreffen, da freut man sich auf die Zeit. Gib uns mal ein bisschen Einblick in diese Emotions- und Gefühlswerte, aber auch den Alltag damals eines Egerländer Musikanten. Da sind aber da so viele Fragen drin und die wahnsinnig lange Antworten natürlich nach sich ziehen können. Also du darfst mich ruhig auch dazwischen mal fragen, wenn irgendein Stichwort kommt. Ich habe auf die vorher reagierende Frage auch nur mit relativ wenig Dingen geantwortet, weil es einfach zu viel, das ist einfach ein Riesengebiet. Wenn ich vielleicht damit ja jetzt beginnen darf, in der ersten Folge haben wir über meine Jugend gesprochen. Also wie ich vom Vater eigentlich in die Egerländer Musik eingeführt wurde, übers Plattenhören. Wie ich dann begonnen habe, die Platten auf Kassettenrekorder zu überspielen, damit ich es transkribieren konnte. Das heißt, für mich gab es immer schon eine Egerländer Welt und eine Jazzwelt und dann später in der Klassik auch noch eine Klassikwelt. Das heißt, das sind für mich, obwohl es immer um Musik geht, durchaus drei unterschiedliche Sprachen. Vergleichbar mit Sprachen oder Dialekte von Sprachen. Und dementsprechend war das so, wenn ich natürlich bei Erwin Lehn war, war ich komplett in der Welt des Unterhaltungssohesters, der modernen Sounds, der modernen Harmonien, der Phrasierung, wie sie dort notwendig war. Habe ja auch genau diese Leute um mich herum gehabt, die mit mir die gleiche Sprache gesprochen haben. Vielleicht kann man das ein bisschen nachvollziehen. Wenn man jetzt zuhört oder zuschaut, selbst sich erinnert an einen Urlaub in Italien oder in Frankreich, dass man nach ein paar Tagen vielleicht schon ein paar Wörter oder ein paar kleine Sätze wusste, um sich verständlich zu machen, wenn man alles so um sich herum einfach hat und hört, dann gibt es so eine Assimilisation. Was ist das für ein schwieriges Wort, was ich mir da ausgewählt habe? Aber jeder hat es verstanden, um was es geht. Eine Angleichung. Eine Angleichung an das, was man hört und sieht. Und wenn ich, wie gesagt, in der Big Band war, Bobby Burgess neben mir hatte oder Joe Galato neben mir hatte und hinter mir die wahnsinnigen Lead-Trompeter und diese Jungs, dann war das Jazz, war das der Sound der Big Band. Und dann komme ich, manchmal war das ja so, also gerade dann, wenn wir CDs aufgenommen haben, vormittags im Dienst und am Nachmittag im Studio Bauer in Ludwigsburg zu den Egeländern. Und dann kommt man natürlich in ein anderes Umfeld. Das sind da, in der Anfangszeit war es schon noch so, dass noch zwei, drei andere Kollegen vom Südfunk-Tanzo-Hestern mit dabei waren. Aber die anderen Jungs, die kamen aus Sinfonie-Hestern, die kamen von anderen Bands. Und dann kam man in eine Gruppe, die wiederum aber auch eine homogene Einheit war, weil sie schon länger zusammengespielt hat. Ich habe vorhin schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Und wenn man dann diese Sounds gehört hat und den Ernst Mosch vor sich hatte, der nur so vorgesungen hat im Egeländer-Sound und geprobt hat, dann waren wir sofort in dieser neuen Sprache. Und für mich war das, ich habe auch in der ersten Folge sehr oft über spielerisches Lernen gesprochen. Und das war etwas, ich habe da auch drüber gesprochen, dass ich dem Vater heute noch dankbar bin über die Art und Weise, wie ich damals lernen durfte. Diese Dinge habe ich da genau gespürt. Dass ich nicht akademisch damit aufgewachsen bin, sondern eigentlich reingewachsen bin in die Sounds, in alles, was diese unterschiedliche Sprache ausgemacht hat. Und in dem Moment, wo ich drin war, war ich da wieder genau mit drin. Es gibt da jetzt das Trendwort, das sehr oft in der Theaterwelt verwendet wird, und in der Veranstaltungswelt des immersiven Erlebnisses, immersive Experiences. Und dieses Immersive, dieses sich völlig in diese Welt eintauchende, erlaubt dann einfach auch eine Assimilation, die auch grundverschieden sein kann, weil man eben in einer anderen Umgebung sich befindet, mit anderen Menschen, emotional anders aufgenommen ist und gleichzeitig aber auch eine Identifikation damit stattfindet und das Umschalten schnell erlaubt. Jetzt habt ihr aber vormittags den Dienst gehabt im Funk, nachmittags Platten aufgenommen, dann ging es auf Tournee mit den Egerländern. Wie seid ihr gereist damals? Mit dem Bus. Mit dem Bus. Mit dem Bus, ja. Wir sind damals fast ausschließlich mit dem Bus gereist. Gelegentlich ist man auch mal geflogen, wenn es irgendwie weiter weg ging. Aber eigentlich immer mit dem Bus. Und das war sicherlich auch aus der Sicht der Organisation, aus der Sicht von Ernst Mosch, die bequemste Art und Weise zu reisen, zu der damaligen Zeit auch. Und mit Sicherheit auch etwas, was den Zusammengehörigkeitsgefühl einer Band gestärkt hat. Und das war schon etwas, was ich bei den Egerländern bis heute enorm schätze. Ich bin in eine richtige Band gekommen. Ich weiß nicht, ob das alle so verstehen, die nach. Du hast gerade vorhin das Wort Identifikation benutzt. Das ist in dem Zusammenhang etwas sehr Wichtiges. Ich sage heute noch oft, wenn ich so eine ähnliche Frage kriege, wie ist das, wenn von überall her die Jungs zu den Egerländern kommen, also von unterschiedlichen anderen, auch Hessern und so weiter. Wie fühlen die sich? Wie werden die zu Egerländern? Und ich sage dann manchmal auch nur so plakativ, die Jungs ziehen unsere braune Jacke an und dann sind die Egerländer oder unsere Strümpfe an und dann ist das klar. Das klingt vielleicht ein bisschen flapsig vielleicht sogar, aber es ist definitiv so. Ich habe damals auch nicht nur die Musik der Egerländer schätzen gelernt, wo ich mit Ernst Mosch und die anderen vielen älteren Kollegen, Franz Bummer, Gerald Weinkopf und so weiter, die die Egerländer mitgegründet haben, wie ich die kennengelernt habe, ich habe schon auch die Beweggründe für die Gründung der Band kennengelernt. Ich habe die ganze Geschichte, die dahinter steht, kennengelernt. Und alle diese Dinge haben auch dazu geführt, dass dieses Pass-it-on für mich eine ganz, ganz wichtige Sache wurde, dann später, wo ich dann tatsächlich die Aufgabe übernehmen sollte, musste, durfte, egal wie. Da werden wir ja vielleicht noch drüber reden. Aber diese Besonderheit einer richtigen Band, das ist heute noch etwas, was mich fasziniert. Also kein Auswahl-Orchester in dem Sinne, dass man zu jedem Konzert andere Leute dazunehmt. Kein Telefon-Orchester. Keine Muckaband, sondern das war immer ein nach ganz bestimmten Kriterien ausgesuchtes Orchester. Auch Ernst Mosch hat immer danach geschaut, dass da sehr viel Kontinuität drin war und dass die Musiker eben dieselbe Identifikation mitbringen für die Band, die er selber aufgebracht hat. Und das war schon ein Riesenvorbild für meine Tätigkeit dann selbst. Jetzt wurde diese Kontinuität durch das Leben auf die Probe gestellt. Denn die Abschiedstour war eine Abschiedstour damals von Ernst Mosch. Welche Perspektive hattet ihr als Musiker zu diesem Zeitpunkt? Wusstet ihr, geht es danach weiter? Weiter, muss sich da jemand bereit erklären? Wie kamst du damals ins Spiel als musikalischer Leiter? Ja, das sind natürlich alles auch ganz viele Fragen, die dann zusammengespielt haben in dem Moment. Wir haben ja vorher schon ein bisschen darüber gesprochen, wie wir uns wären, der Abschiedstournee. Und das ging nicht nur mir so, dass ich mir meine Gedanken dazu gemacht habe, natürlich die anderen Kollegen genauso. Wir waren ja sehr viele junge Musiker damals im Orchester bei der Abschiedstournee. Wir haben uns alle die Gedanken gemacht. Zuallererst war natürlich einfach dieses Ereignis, dass der Chef nicht mehr da war. Das war ja für alle natürlich erstmal ein Loch, in das mir sozusagen gefallen ist. Aber das mussten wir sehr, sehr schnell, mussten wir da eine Verantwortung übernehmen, weil die Familie unbedingt wollte, dass die Egeländer bei der Beerdigung spielen. Tatsächlich? Ja, natürlich. Das hätte ja auch niemand verstanden draußen, wenn die Egeländer nicht bei der Beerdigung präsent gewesen wären. Und da galt es natürlich, das zu organisieren. Also man muss sich ja vorstellen, da gibt es ein Orchester von, ähnlich wie bei uns heute, einem Pool von Musikern, die bei der Abschiedstournee natürlich dabei waren. Und mit diesen Musikern mussten wir gemeinsam die Beerdigungsmusik oder die Trauermusik organisieren, auf Wunsch der Familie. Und das war dann natürlich die erste Aufgabe, die schon auch mir dann zugefallen ist. Also die Familie hat dann den Toni, Toni Scholl und mich beauftragt, das gemeinsam zu organisieren. Musste jemand machen, aus dem Orchester, und sie haben das uns in die Hand gelegt, das so zu machen. Und das war natürlich wirklich eine sehr, sehr schwierige Aufgabe damals. Ernst, wie lange war da das letzte Konzert mit dem Chef her? Ich meine, wir haben Ende Oktober das letzte Konzert dann definitiv mit ihm gespielt. Das waren für das Frühjahr drauf, für das Drauffolgende Frühjahr noch andere Konzerte geplant, die aber noch nicht mehr stattgefunden haben, weil Ernst Musste dann so schwer krank wurde, dass man die abgesagt hat. Und das war, Ernst Musste ist im Mai 1999 verstorben, also jetzt in diesem Jahr 25 Jahre zurück. und das war ungefähr ein Vierteljahr nach seinem letzten Konzert. Ja, und dann kam natürlich eine ganz spannende Zeit nach, nach der Beerdigung, nachdem diese Aufgabe von uns übernommen wurde, ging es natürlich los. Also da gingen die, wie das heute, oder wie das vielleicht immer so ist, wenn irgendjemand nicht mehr da ist, der eine große Sache hinterlässt, dann ging es natürlich los mit Spekulationen, mit Aufforderungen auch an die Familie und so weiter. Und da waren wir dann halt mittendrin auch als Musiker. Du hast vorhin gefragt, wie sind wir da übrig geblieben? Genau. Nimm uns ein bisschen mit in die Zeit, weil schlussendlich ist es so, das Orchester gibt es seit 1956, ein Meilenstein mit einem musikalischen Leiter, dieser Abschnitt ging zu Ende. Und von außen gab es logischerweise einen gewissen Druck, vielleicht gab es auch innerhalb der Band eine gewisse Notwendigkeit, weitermachen zu wollen, zu müssen, das Erbe zu erhalten, selber aber auch zu sagen, warum soll ich jetzt plötzlich nicht mehr Egerländer spielen? Und wie hat beispielsweise die Familie Mosch dann den Kontakt zu dir mit aufgenommen? Und wie liefen diese Gespräche? Mit wem hast du dich beraten damals, als es darum ging, die musikalische Leitung zu übernehmen? Also zuallererst war es einfach ein riesen Vakuum für alle Beteiligten. Dementsprechend gab es natürlich überall in der Presse, genauso wie im großen Publikum, was Ernst Moschee hatte, also in den Menschen, die die Musik 43 Jahre lang für sich zu eigen gemacht haben. Das sind Dinge, über die kann ich auch sehr lange reden und die heute für mich noch sehr wichtig sind. Ernst Mosch hat sicherlich, so wie ich als Musiker, auch für sich selbst Musik gemacht, aber ihm war es genauso bewusst wie mir heute, dass wir eigentlich ein Medium für die Menschen draußen waren. Also wenn man weiß, wie die Menschen auf die Egerländer Musik bei den Konzerten reagieren, so war das damals auch. Es gab viele Menschen, die gesagt haben, wie soll ich ohne die Musik weiterleben? Die Menschen draußen, nicht die Musiker. An dieser Stelle auch die Aufforderung an alle, die noch nie auf einem Egerländer Konzert gewesen sind, mal hinzugehen. Ja. Also, ich wüsste zwar nicht, warum ihr ansonsten den Podcast hört, aber kommt aufs Konzert. Live ist es unfassbar. Die Identifikation des Publikums mit unserer Musik und mit unserem Hesse ist unglaublich. Und das waren mir damals schon bewusst und das hat in diesem Vakuum natürlich dann alles, ja, alles gezeigt. Also da ging es los. Wer wird das weitermachen? Das muss weitergehen. Andere haben gesagt, nein, das kann nicht weitergehen, das muss mit Ernst und Musch zu Ende gehen, weil er hat es ja 43 Jahre lang zur absoluten Blüte gebracht und natürlich durch seine Person sehr, sehr stark Identifikation aufgebaut. Aber es gab natürlich auch die ganz vielen Musiker in den 43 Jahren, die auch dafür gearbeitet haben. und wir junge Musiker, die die letzten 13, 14 Jahre mit ihm gespielt haben. Und ich habe, glaube ich, auch schon in der vorherigen Folge mal ein anderes Zitat von Ernst Mosch gebraucht. Der hat immer gesagt, hier kommt keine Musik raus. Hat er immer gezeigt so. Ja, der meinte, also als Dirigent kann ich ja viel machen, aber ich brauche meine Musiker da hinten. Das hat er sehr, sehr oft in den Interviews betont und das war uns allen auch bewusst. Dementsprechend haben wir natürlich, vor allem wir jungen Musiker, die bei der Abschiedstourne dabei sind, schon den großen Wunsch gehabt, wir müssen irgendwas tun, damit die Egeländer vielleicht weiterleben können. Und die Familie ihrerseits hat ja auch einen Riesenverlust. Erstmal der Vater nicht mehr da, der Ernst Mosch als Person, nicht als Dirigent und Chef der Egeländer, sondern als Person. Und alle diese Dinge, die haben wir dann miteinander versucht, auf einer menschlich, glaube ich, sehr, sehr feinen Art gemeinsam zu händeln. Von außen kamen da manchmal unfeine Dinge ins Spiel. Wie das so manchmal ist, wenn jemand nicht mehr da ist, möchte ein anderer vielleicht danach krapschen, möchte das übernehmen. Gibt es so gewisse Begehrlichkeiten. Ja, gewisse Begehrlichkeiten. Verstehst du, was ich meine? Andere Bandleader, die vielleicht darauf gehofft haben, jetzt ist der große Ernst Mosch nicht mehr da, jetzt kann ich das ja machen. Oder so, ja? Also solche Dinge gab es da natürlich. Gibt es ja überall. Du hast vorhin mal nach Konkurrenzdenken gefragt. Ja. Die gibt es ja überall. Die kann jeder Handwerker danach über dieses Thema reden und so weiter. Und dementsprechend haben wir das alle auch beobachtet. Die Familie, die Verantwortlichen des Orchester, wie Produktionsfirma, wie Management und wir Musiker. Und wir haben das sehr, sehr gut gehandelt. Dass wir, wir haben niemand von außen quasi die Plattform gelassen, sondern wir haben das gemeinsam sehr, sehr verantwortungsbewusst in die Hand genommen, haben miteinander das Gespräch geführt und so kam dann die Entwicklung in Gang. Dass dann ein halbes Jahr danach haben wir ein erstes Probekonzert gemacht in Absprache mit der Familie, mit dem Management, mit der Plattenfirma. Das haben wir dann als Egeländer Musikanten, also die junge Generation, die übrig geblieben ist sozusagen, haben wir dann ein Konzert in Erinnerung an unseren ehemaligen Chef ein halbes Jahr später selbst veranstaltet, um zu sehen, wie betrachtet das die Fangemeinde von außen, wie betrachtet das die Presse, aber auch um selbst Gewissheit zu kriegen, Familie genauso wie wir selbst, wie kann sich das anfühlen? Fühlt sich das für uns gut an? Sollten wir das lassen? Gibt es eine Chance, das weiterzumachen? Und so weiter. Und nach diesem Konzert war es klar, wir werden das versuchen. Wir werden das versuchen und es gab so viel positive Rückmeldung. Damals habe ich und Toni genauso, wir haben ganz bewusst darauf verzichtet, vor der Sohester zu stehen, sondern wir haben den Platz, den Ernst Mosch hatte, freigelassen. Ganz bewusst. Um den Menschen, die das beobachtet haben, auch die Chance zu geben, zu sehen, wie gehen wir selbst denn mit um. Und auch das haben wir, glaube ich, sehr, sehr verantwortungsbewusst und sehr menschlich auf eine sehr feine Art geregelt. Und dann hat man von allen Beteiligten nach diesem ersten Probekonzert oder nach diesem ersten Erinnerungskonzert an Ernst Mosch und man darf ja nicht vergessen, es gab ja viele Vereine draußen, andere, die Erinnerungskonzerte an Ernst Mosch gemacht haben. Selbstverständlich. Ja, logisch. Warum sollten das die Egeländer nicht machen? Alle diese Fragen haben wir uns natürlich auch gestellt. Und nach diesem Konzert gab es so viele gute Rückmeldungen, dass man dann sich Gedanken gemacht hat, wie man Hester fortführen kann. Und dann haben wir uns eine dreijährige Probezeit gegeben. Weil das muss man im professionellen Sinne dann verstehen. Warum braucht eine eingespielte Truppe wie die Egeländer Musikanten das Original einen musikalischen Leiter? Ja, das ist dann eine der wichtigen Fragen gewesen, die in den Jahren drauf folgend in dieser Probezeit immer mehr in den Vordergrund gerutscht ist. Wir haben in den ersten drei, vier Jahren tatsächlich ohne Dirigent gespielt. Okay. Das hat die Gründe gehabt, über die ich gerade vorher gesprochen habe. Das hat aber auch die Gründe gehabt, dass ich selbst den neuen Spieler wollte. Ja, also wirklich ganz einfach. ich wollte wirklich auch die neue Besetzung, die wir gemacht haben, wir haben ja ein bisschen verkleinert und solche Dinge, über die können wir ja auch ein bisschen reden. Wir haben natürlich ein bisschen was verändert nach Ernst Mosch. Wir wollten schon auch dem Publikum und allen Beteiligten zeige, wir wollen nicht alles kopieren, was Ernst Mosch gemacht hat. Kein Museumsorchester. Kein Museumsorchester, sondern wir wollen die Zukunft in die Hände nehmen und wollen darauf reagieren, indem wir zum Beispiel auch die Besetzung ein bisschen verändert haben, bestimmte musikalische Inhalte ja fast zwangsläufig danach natürlich ein bisschen anders geworden sind und das hat schon auch ein bisschen mit meinem persönlichen Tenorhandspiel zu tun und dass ich als Solist in den Vordergrund gerückt bin danach. und wir haben allerdings auch gespürt und das war ja eigentlich deine Frage vorhin, wir haben auch gespürt, dass so ein Orchester, das braucht noch mehr Identifikation und nicht nur vor dem Orchester gegenüber dem Publikum kann ein Dirigent oder ein musikalischer Leiter, der dann im Idealfall auch noch vor dem Orchester steht, eine wichtige Rolle einnehme sondern vor allem auch für die Vermarktung eines Orchestas langfristig ist es wichtig gewesen. Wir haben dann in dieser Anfangszeit zum Beispiel das ist vielleicht vielen nicht so bewusst aber für uns war das ein sehr sehr wichtiges Argument wir haben wieder gelernt warum Ernst Mosch in seinen ersten 10-15 Jahren auch den Namen der Egeländer zwei- oder dreimal geändert hat. wir haben erfahren dass man die Egeländer Musikanten rechtlich nicht schützen kann also im Markenrecht ist das nicht schützenswert die Egeländer Musikanten weil es nämlich eine Bezeichnung für eine bestimmte Gegend ist für eine Landschaft aber nicht für eine Band und das war natürlich für uns nicht so lustig dass es nach dem Tod von Ernst Mosch möglicherweise jedes Jahr neue Egeländer Musikanten gibt und es gab einige davon dementsprechend musste man uns als Original Egeländer Musikanten die mit Unterstützung der Familie Mosch mit Unterstützung der Plattenfirma mit Unterstützung des Managements natürlich noch nach außen hin unverwechselbar machen so ist es dann entstanden dass irgendwann wir uns entscheiden mussten auch wer gibt seinen persönlichen Namen nochmal als musikalischer Leiter zu dem Egeländer Musikanten das Original und die Entstehung dieser Sache wie sie bis heute ja dann 25 Jahre lang eigentlich auch bewiesen wurde dass es die richtige Entscheidung damals war das war alles in dieser Probezeit wo man dann versucht hat die richtigen Dinge zu finden und so wurde es nach dem Jahr 2003 eben dann so dass ich als musikalischer Leiter vor dem Orchester mit meinem Namen integriert dann stand bei 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 klassischen Orchester wählt das Orchester ganz oft den Chefdirigenten oder die Chefdirigentin da gibt es dann eine Abstimmung im Orchester und die bestimmen praktisch dann ihren eigenen Chef wie viel Mitspracherecht hatten deine Kollegen im Orchester Orchester dass du musikalischer Leiter wirst und offiziell auch deinen Namen der Band gibst Es gab eine Abstimmung genauso wie es du gerade eben auch bei einem klassischen Orchester als Beispiel zitiert hast beim klassischen Orchester gibt es das Orchester was darüber abstimmen kann aber nicht nur das Orchester da gibt es auch das Orchester Büro und da gibt es einen Geldgeber und da gibt es möglicherweise vielleicht auch noch im Hintergrund Dinge wie Plattenverträge oder solche Dinge also es gibt eine ganze Mischung von Verantwortlichen die dann in der Regel in Abstimmung miteinander einen musikalischen Leiter mit einem Zeitvertrag meistens auch ausstattet also bei uns ich habe ja vorhin auch einiges erzählt über den Übergang und nach dem Tod von Ernst Mosch auch diese Geschichte ist natürlich so komplex gewesen und so ja so vielschichtig dass man das jetzt mit wenigen Worten gar nicht alles darstellen kann ein bisschen Hinweise habe ich gegeben ja man möge jetzt vielleicht Dinge zum Vergleich herziehen die Zuschauer und Zuhörer im professionellen Sport ich rede sehr oft auch zum Vergleich zum professionellen Sport weil das in unseren Medien einfach so präsent ist ja man kriegt das so alles mit ja wenn Bayern München einen neuen Trainer sucht oder irgendwie oder den alten Trainer weil er dreimal verloren hat in die Wüste schickt oder so also das ist alles so scheinbar transparent aber da gibt es natürlich unglaublich viele Gespräche im Hintergrund und Dinge die nicht in die Öffentlichkeit gelangen und zwar zu Recht nicht und so gab es bei uns natürlich auch ganz viele Absprachen und Möglichkeiten aber in dem Fall was du angesprochen hast gab es tatsächlich eine Hester Versammlung damals nach dieser Probezeit die ich vorhin angeführt habe wo wir uns zusammengesetzt haben mit Management mit Vertreter von der Plattenfirma mit Rücksprache der Familie Mosch zu halten wie das in Zukunft wohl fortzugehen hätte ja und das Ergebnis sitzt heute hier wie hat es sich angefühlt während der Probezeit zu wachsen an dem an der Herausforderung die es sicher war dieses musikalische Erbe anzutreten aber gleichzeitig auch neue Ideen umsetzen zu können vom Kollegen dann auch zum musikalischen Leiter zu werden und was waren so Situationen wo du dir wie wünschtest dass du doch nur Musiker geblieben wärst im Orchester auch wieder ganz viele Fragen die ich sehr gerne beantworte auch mit Hinblick auf die derzeit gemachten Entscheidungen und so weiter also zum allererst habe ich ja vorher schon ein bisschen erwähnt gab es natürlich vielleicht Begehrlichkeiten von außen zum Chef der E-Geländer zu werden das haben die E-Geländer selbst und die Familie Mosch abgelehnt wir haben das intern geregelt es gab Gründe dafür die hat jeder verstanden die Gründe das hat auch sehr stark damit zu tun vorhin habe ich da sehr viel drüber gesprochen über die Identifikation des Orchester über Pass it on es ging letztendlich auch der Familie sehr stark darum und zwar zu Recht die Arbeit von Ernst Mosch in die Zukunft zu führen war für mich meine wichtigste Aufgabe damals mit 43 Jahren so eine Entscheidung zu treffen selbst dann wenn wenn man eigentlich gewählt wird von der Band oder von anderen ist ja eine unglaublich große berufliche Entscheidung gewesen für mich ich wusste damals auch noch nicht kann ich weiter beim Südfunk dann zuerst spielen also ich musste schon mir bewusst werden welche Aufgabe steht da vor mir wer bin ich was will ich weil ich kann mir war klar wenn ich diese Entscheidung annehme und wenn ich die Aufgabe wirklich annehme ist das nicht eine Aufgabe für zwei drei Jahre sondern dann ist es meine neue Lebensaufgabe die ich dann so lange mache bis ich vielleicht irgendwann wiederum dieses diesen Staffelstab und dieses Wissen der E-Geländer und so weiter was worum es intern umso hester geht weitergebe und dementsprechend war das schon auch eine große Herausforderung dann vor die Kollegen zu stehen mit denen man ja auch nicht nur bei den E-Geländern jahrelang zusammengearbeitet hat weil man muss ja auch wissen also die ganzen Kollegen mit denen ich bei den E-Geländern gespielt habe die kannte ich ja schon aus anderen Umfeld zusammen also ich habe dann schon irgendwann die Rolle des Chefs für mich annehmen müssen und das war schon auch manchmal nicht ganz so einfach man muss als Chef andere Entscheidungen fälle wie vielleicht als reiner Mitspieler im Hester und das wurde dann über die Jahre natürlich schon auch eine sehr spannende Geschichte die nicht immer ohne Konflikte ausgegangen ist aber auch dafür habe ich ein sehr gutes Beispiel gehabt Ernst Ernst Morsch wie er damals die Egerländer gegründet hat hat das auch aus einem Kollegen Kreis heraus getan im Südfunk Tanzohester waren Kollegen wie Gerald Weinkopf wie Franz Bummer wie Georg Ernst wie Ferry Tagscherer und alle die bekannten Namen aus der Gründerzeit die waren alle auch in der Big Band und haben mit ihm gemeinsam Tanzmusik gemacht und er musste auch den Weg des Chefs irgendwann gehen und ich wusste schon dass es eine besondere Aufgabe ist natürlich vor allem auch dann in der Repräsentation nach außen hin gegenüber der Presse und alle diesen Dinge und da gab schon sehr oft auch Situationen wo ich die Kollegen beneidet habe die dann einfach mal so ganz geschwind nach dem Konzert wieder ins Hotel zurück gegangen sind und ich bin halt dann noch eine Stunde lang bei Rede und Antwort gestanden für Kritik für Lob für alles mögliche also es gibt schon ganz klares Bewusstsein eine Rolle einzunehmen die mit viel Verantwortung einhergeht und vor allem auch die Verantwortung zu tragen die Arbeit von Ernst Mosch in die Zukunft zu führen das war mir immer ganz ganz präsent und da gab es viel Zustimmung es gab natürlich wie immer auch Kritik das bleibt da nie aus und der muss man sich einfach stellen und das ist auch jetzt in den Entscheidungen die wir jetzt im Moment ja wieder gefällt haben uns allen ganz bewusst und dementsprechend haben wir ja auch die ähnliche Entscheidung gefällt wie damals Du hast gesagt in die Zukunft führen ein Orchester in die Zukunft führen sich selber Gedanken machen wie führt man das eigene Leben in die Zukunft wen braucht man dazu welche Grundlagen kann man schaffen welchen Einfluss hat man selber wie bist du die Herausforderung angegangen die Egerlande Musikanten in die Zukunft zu führen was uns auch wieder dann dahin führt dass du vielleicht damals schon den Grundsatz entwickelt hattest der heute dir die Entscheidung möchte nicht sagen leicht gemacht hat aber der ein guter Ratgeber in der jetzigen Entscheidung war das Orchester jemand anderen zu übergeben wir reden ja hier in den Podcasts über sehr viele Dinge die sehr persönlich sind ja und ich habe da keine Scheu davor bestimmte Botschaften weiterzugeben ich habe in meiner Zeit bis heute alle Entscheidungen immer mit meiner Frau abgesprochen wir haben sehr sehr viele Dinge die für die Zukunft wichtig waren ebenso beschlossen weil sie ja für uns gemeinsam wichtig waren damals wo ich in Herrenberg aufgehört habe dann bei Erwin Lehn angefangen habe oder jetzt auch diese Entscheidung die Arbeit von Ernst Mosch in die Zukunft zu führen habe ich natürlich genauso mit Uschi sehr sehr ausführlich besprochen und diskutiert und er war das genauso bewusst wie mir was das für uns gemeinsam bedeutet und dementsprechend habe ich natürlich dann auch in den vielen Jahren danach schon sehr oft die Gedanken zu eingeggemacht die wohl Ernst Mosch hatte wo er in den 80er Jahren uns in Sohester geholt hat uns Junge er selber in einem Alter war wo er sicherlich auch so wie ich jetzt auch sich seine persönlichen Gedanken über seine persönliche Zukunft eben gemacht hat und ich für mich habe beschlossen weil ich viele solche ähnliche Situationen beobachtet habe auch bei Erwin Lehn zum Beispiel im Südfunk Tanzohester oder bei anderen bekannten großen Bandliedern ich für mich habe beschlossen ich möchte diese großartige Band in die Zukunft führen für die Musiker fürs Publikum für die Musikgeschichte das klingt jetzt sehr sehr groß aber die meisten die jetzt mir zuhören die wissen wie ich das meine die Egerner sind bis zum heutigen Zeitpunkt das erfolgreichste Blasohester der Welt wir sind immer noch dieses Sohester als privat geführtes Sohester wie viele subventionierte Sohester sind mittlerweile eingestampft worden uns gibt es immer noch und du hast es vorher selbst sehr begeisternd eigentlich gesagt man muss die Egerländer einfach live mal erlebt haben dann kann man vieles verstehen worüber ich jetzt auch so rede so pathetisch vielleicht sogar und ich wusste für mich ich habe für mich beschlossen diese Arbeit die ich übernehme macht nur Sinn wenn ich irgendwann rechtzeitig die Weichen für die Zukunft stelle das heißt sehr rechtzeitig die richtigen jungen Musiker suche die wieder mit all diesen wichtigen Inhalten Musiker der Egerländer werden also die dann aus musikalischen Gründen aus soziologischen Gründen meine ich jetzt also wenn man an die Egerländer Geschichte denkt gerne irgendwann wieder die braune Jacke anziehen also unsere Tracht anziehen und auf der Bühne total idealistisch unsere Musik spielen diese Musiker wollte ich wieder finden und da habe ich keine Zeit verloren ich habe sehr früh damit begonnen junge Musiker zu suchen die da in dieses Raster quasi gepasst haben und dann war mir klar wenn ich irgendwann im Idealfall wieder ein neues Gerüst von vielen jungen Musikern der nächsten Generation habe wo ich mir sicher bin dass die genauso wie wir damals bei der Abschiedstour wir waren ja auch ein Gerüst von jungen Musikern aus dem ich dann halt heraus geragt bin oder halt dann die die Rolle übernommen habe wenn ich wieder so ein Gerüst habe bei den Egerländern dann will ich nicht den Weg machen den Ernst Mosch gemacht hat Ernst Mosch hat gesagt ein anderer setzt das Ende das war seine Philosophie er hat sich für sich vorgenommen nur dann wenn er tot ist können alle anderen darüber nachdenken was aus den Egerländern wird und und habe mir vorgenommen so lange möchte ich nicht warten sondern ich werde dann die Egerländer so aufgestellt in die Zukunft führe wenn ich es richtig ansehe und das ist im Moment der Fall Wie fühlt sich das an für dich dass du praktisch eine Grundfeste eine Idee die du damals schon entwickelt hast und auch nach deinem Unfall schon entwickelt hast zu sagen wir wissen dass innerhalb einer zehntel Sekunde alles anders sein kann aber wie was hat dich daran glauben lassen dass dein eingeschlagener Weg der richtige ist für dich und das Orchester und was hat für dich den Zeitpunkt jetzt bestimmt außer das Skelett der richtigen Musiker in Gilde die auf der Bühne ist also wenn ihr alle die jetzt uns hier zugehört haben jetzt mit der dritten Folge aufmerksam zugehört habt dann wisst ihr dass es eine Geschichte gibt von mir von der Kindheit an bis heute also ich war immer glaube ich von der gleichen Art und Weise beseelt für mich ich bin immer bis zum heutigen Tag ein total emotionaler Mensch und Musiker der immer auch an die Musik denkt und ich hatte damals dieses Erlebnis mit dem Unfall wo ich lernen musste dass von heute von jetzt auf nachher sich Dinge ändern können aber ich habe auch gelernt dass sich Einstellungen eigentlich nicht ändern Charaktereigenschaften dass ich bestimmte Dinge die ich dann in der Jugend auch in der Familie positiv erfahren habe in meinem Freundeskreis auf dem Weg des Aufwachsens die Bodenständigkeit die Treue vielleicht auch zu bestimmten Dingen die waren für mich immer so eine Werteschnur man redet ja heute gerne über solche Dinge Gott sei Dank redet man auch heute oftmals wieder über solche Dinge weil die sehr sehr wichtig sind das hat die Egerländer eben auch 70 Jahre lang jetzt bald ausgezeichnet dieses Festhalten auch an der Tradition und an inneren Werten und für mich war das schon sehr sehr bald nach den ersten paar Jahren die ersten zwei drei Jahre waren schon sehr schwer das Publikum hat schon sehr lange gebraucht bis sie unseren Weg akzeptiert haben und vielleicht auch akzeptiert haben dass der großartige Ernst Mosch nicht mehr da war da habe ich mich schon manchmal gewundert weil gerade wiederum im Vergleich zum Fußball muss man das akzeptieren dass ein Franz Beckenbauer irgendwann nicht mehr da war oder ein Gerd Müller irgendwann nicht mehr die Tore geschossen hat die anderen konnten es auch die junge Generation die nachkommt das war schon schwierig für mich manchmal zu akzeptieren eben auch weil er immer gesagt hat hier kam keine Musik raus er wusste ja selbst das viel besser aber das Publikum hat das schon sehr lange gebraucht aber dann habe ich wieder gemerkt dass unser Publikum auch auf eine ganz bestimmte Art und Weise genau diese inneren Werte hat wenn man die Menschen überzeugt hat dann halten sie auch wieder total dazu und das hat dann sehr sehr bald begonnen dass dass ich wieder dieselbe Unterstützung bekommen habe vom Publikum wie sie Ernst Mosch dann auch gehabt hat und in den letzten Jahren war das großartig ja also das hat ja wirklich das hat mich mit ganz ganz viel Freude erfüllt nicht stolz ne Demut immer noch Demut weil ich war einfach glücklich drüber dass es mir gelungen ist die Arbeit von Ernst Mosch offensichtlich schon richtig fortzuführen dass die Menschen das draußen doch tatsächlich begriffen haben und richtig verstanden habe ich dass meine Arbeit gefruchtet hat wo ich gemerkt habe dass ganz ganz viele jungen junge Leute wieder auf unsere Musik aufmerksam geworden sind also dass alle die Maßnahmen die ich getroffen habe manchmal auch zum Unverständnis der älteren Generation ja das passiert ja oft so bei solchen Dingen aber die jungen Leute haben das dann verstanden wenn man sich heute vorstellt wenn man heute zum Woodstock der Blasmusik geht oder zum Original Egelander Festival nach Köln kommt wie da die Musik der Egelander abgefeiert wird wir haben ein ganz großes Erlebnis gehabt das kann ich hier als kleine Anekdote vielleicht bei der Situation jetzt gerade nett erzählen ich habe mich die ersten Jahre ein bisschen geziert um beim Woodstock der Blasmusik wirklich tatsächlich mitzumachen weil ich mir nicht ganz sicher war ob Ernst Mosch sowas tatsächlich gemacht hätte auf der Wiese Open Air spielen und die Leute stehen nur da und sind nicht leise und sonst wie ja wir waren schon eigentlich eher drauf gepolt in schönen Konzerthäusern zu spielen aber als wir dann das erste Mal dort waren und schon bei den ersten Konzerten 10.000, 12.000 Leute uns gefeiert haben da saß der Holger hinter mir am Schlagzeug und hat geweint da bin ich zu ihm hingegangen und ich sage Holger was ist los stimmt irgendwas nicht dann habe ich gesagt nee dann habe ich gesagt Ernst das hätte der Alte jetzt mitkriegen müssen ja und das das war für mich es gab viele solche Ereignisse wo ich dann einfach gemerkt habe ja genau so wäre es gewesen also der Ernst Mosch wäre sicherlich auch stolz auf uns und auf diesen auf diesen Erfolg und dass so viele junge Menschen seine Musik unsere Musik die Musik der Egeländer wieder so wichtig finden ja und das das hat mich das ist die entscheidende Antwort auf deine Frage vorhin das hat mir dann wirklich die Kraft gegeben erst mal sagen wir mit mir im Reinen zu sein dass ich meine Arbeit erledigt habe ja und jetzt nach Pandemie und mit der richtigen mit dem fantastischen Team um mich herum weiß ich auch dass es genau der richtige Moment ist dieses Team die Arbeit weitermachen zu lassen und da das habe ich mir alles wirklich so gewünscht und so vorgestellt und jetzt ist es schon ich bin schon sehr glücklich dass es jetzt so möglich ist wie fühlte sich der Moment an als es dann verkündet wurde dass du als musikalischer Leiter der Egeländer Musikanten das Original aufhörst wie hast warst du nervös vorher über die Reaktionen draußen wusstest du wie das Publikum reagiert konntest du es abschätzen war es dir egal ich glaube mir ging es einfach so wie vielen Menschen die weitreichende Entscheidungen treffen müssen im besten Fall macht man sich lange Gedanke dazu reift die Entscheidung und dann wenn sie tatsächlich gemacht wird ist es schon etwas Besonderes also bei mir war schon der Tag der Form wo dann wo ich wusste dass alle diese Dinge die Videos und alle diese Absprachen die wir getroffen haben dann tatsächlich in die Öffentlichkeit rausgetragen werden da war ich schon ein bisschen nervös muss ich schon sagen da habe ich schon gedacht oh meine Güte jetzt ist es soweit und jetzt bin ich gespannt wie die Menschen darauf reagieren mit der Band war alles abgesprochen mit dem ganzen Umfeld und natürlich haben wir eine Zeit gehabt wo man die Leute ein bisschen im Ungewisse lassen musste weil man macht Absprache man gibt bestimmte Dinge zu einem bestimmten Zeitpunkt dann in der Öffentlichkeit das ist eigentlich alles ganz normal muss eigentlich jeder verstehe der ein bisschen mitdenkt aber in dem Moment wo man dann eben die Entscheidung tatsächlich öffentlich hergibt oder der Öffentlichkeit überlässt dann ist es schon nochmal was Besonderes und da war ich schon ein bisschen nervös muss ich schon sagen weil ich habe schon so viele Dinge entscheiden müssen in meinem Leben und bin schon so oft dann danach sehr spannend und gefasst gewesen wie die Menschen darauf reagieren auf diese Entscheidungen die wir da treffen mussten und so war natürlich auch diese Entscheidung etwas weitreichendes und bis heute bin ich auch da sehr glücklich wie unsere Entscheidung akzeptiert wird und wie sie jetzt mit Freude eigentlich auch dann erwartet wird die nächste Zeit dann nach meiner Abschiedstour Die Abschiedstour wird groß Ja die wird sehr groß Die Abschiedstour wird hoffentlich auch bei bester Gesundheit bei so vielen Terminen über die Bühne gehen können Wie bereitet man sich auf diese Herausforderung vor Es sind jetzt bis dato glaube ich 42 Termine oder 43 Wie bereitest du dich vor Wie möchtest du die Menschen dich erleben lassen während dieser Tour Was nimmst du dir vor für diese Abschiedstour und wie gehst du diese ungewohnte neue Herausforderung an zu wissen dass ich glaube Altus Ried nächstes Jahr dein letztes Konzert sein wird als musikalischer Leiter und als Egerländer Musikant Ich bin ich bin mir natürlich total bewusst Daniel dass wir ganz ganz viele Konzerte haben Ich freue mich auch dass du dann immer dabei sein wirst also zumindest meistens und ich weiß dass wir ein großartiges Team um mich herum gebaut haben und das gibt mir die Sicherheit genauso mit dem großartigen Team der Band das gibt mir die Sicherheit dass wir dieses Jahr für unser Publikum einen einen würdigen Abschluss für meine Arbeit hinbekommen aber auch dem Publikum zeigen werdet Freunde schaut hin schaut auf die Egerländer wie die das machen das ist vielleicht ein Beispiel für so vieles was man machen könnte in unserer Gesellschaft nämlich etwas schon zu einem großartigen Abschluss bringen aber ganz genau zielgerichtet nach vorne zu schauen und mit Schwung in die Zukunft zu nehmen nicht immer draufhauen und nur kritisieren und alles schlecht machen und dann auch noch vielleicht spekulieren was da wohl in der Zukunft kommen wird ihr könnt euch alle sicher sein die Egerländer werden auch in Zukunft nach dieser großen Abschiedstour ein ganz wichtiges Orchester bleiben das ist mit diesem Blick schaue ich auch auf meine Abschiedstour aber auch ganz persönlich individuell mit einem professionellen Blick ich bin es gewohnt hart zu arbeiten ich habe ich habe meinen Unfall bewältigt ich habe etwas geschafft als Musiker als Instrumentalist was damals nach meinem Unfall vielleicht zwei Leute geglaubt haben mit der Zeit immer mehr und ich habe sehr hart immer gearbeitet an mir und ich werde mich sehr sehr akribisch vorbereiten auf das kommende Jahr damit ich körperlich fit bin damit ich auch musikalisch und körperlich für alle auf der Bühne für meine Band die sind es gewohnt dass ich immer topfit am Start bin auch bei der Abschiedstour wirklich die Dinge so realisieren kann wie ich mir das vorstelle und da freue ich mich schon sehr drauf ich habe mich immer gefreut auf Tourneien ich habe mich immer auf Herausforderungen gefreut ich freue mich auch auf die ganze Vorbereitungszeit und dann aber auf jedes einzelne Konzert dann als emotioneller Musiker richtig loszulassen in dem Moment ich sage manchmal bei Workshops Egeländer Musik ist dann vor allem fantastisch wenn die Sechsten und die Tersten wunderbar stimmen und da freue ich mich auf alle diese Klänge du lachst jetzt es kann so einfach es kann so einfach sein aber auf alles das freue ich mich und ich weiß was es heißt sich so vorzubereiten damit diese Klänge alle stimmig sind und da freue ich mich riesig drauf aber vor allem auch um euch allen Zuhörern jetzt des Podcasts auch und meinem gesamten Publikum mit Gewissheit die Egeländer für die Zukunft einfach weiter zu empfehlen wir empfehlen euch die ersten beiden Folgen zu hören wenn ihr diese dritte Folge des Gesprächs als erste gehört habt denn dann erschließt sich glaube ich die gesamte Geschichte selbstverständlich in einer konzentrierten Form weil auch die Zeit hier im Probestudio ist endlich und auch die Aufmerksamkeitsspanne ist endlich auch wenn die Geschichten unendlich zu erzählen werden und vielleicht haben wir die Möglichkeit in Zukunft noch mehr diese Geschichten kennen zu lernen denn es ist ja noch nichts vorbei es geht ja alles erst los und die Tourvielfalt und diese Gespräche ganz nah und sehr persönlich werden wir weiterführen nicht nur mit Ernst sondern natürlich auch mit allen anderen die großen Einfluss haben auf das was wir bereits gehört haben und was wir zukünftig sowohl im Gespräch als auch musikalisch hören werden darum vielen lieben Dank Ernst Luther für die Möglichkeit ein so ausführliches Gespräch mit dir zu führen vielen Dank euch allen fürs Zuhören schickt uns gerne Feedback eure Anmerkungen eure Anekdoten aus den Jahrzehnten die ihr schon die Egerländer Musikanten das Original begleitet und freut euch mit uns auf die nächsten Gespräche die kommen werden ganz lieben Dank fürs Zuhören und danke dir Ernst für die Einblicke in ein wunderschönes bewegtes und nicht immer leichtes Leben Ja auch von meiner Seite natürlich ein ganz großes Dankeschön an dich Daniel für die ja wirklich wunderbaren empathischen Fragen ich bin es gewohnt alle Arten von Fragen gestellt zu bekommen aber da waren schon sehr viele dabei die mich mit großer mit großem Spaß einfach auch die richtigen Antworten irgendwie herausgefordert haben und ich das hat mir sehr viel Spaß gemacht auch für euch die Zuhörer sehr sehr freie Gedanken und sehr sehr offene Gedanken zu meinem Leben euch weiterzugeben und wie der Daniel gerade eben gesagt hat vielleicht wird das eine oder andere was ihr euch schon öfters gefragt habt wenn ihr mich beobachtet habt bei den Egerländern oder vielleicht sonst wo als Musikant oder Dozent mit diesen Podcasts ein bisschen mehr Verständnis bekommen haben bei euch und ich wünsche natürlich mir für die Zukunft alles Gute auch selbst und ich bin mir ganz ganz sicher dass mir auch dann wenn ich nicht mehr als Chef vor den Egerländern stehe meine Leidenschaft für die Musik nicht ausgeht und ihr werdet mich alle noch weiterhin den als aktiven Menschen um die ganzen musikalischen Fragen herum irgendwo antreffen ich werde immer Unterstützer der Jugend bleiben ich werde immer für unsere Musik mich einsetzen und ja für alle möglichen Fragen offen sein so kennt ihr mich und so wünsche ich auch für mich die Zukunft alles Gute an euch alle herzlichen Dank Daniel danke euch und bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal